Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zurück zu STS, denn es ist wieder Zeit für einen Devlog, es ist viel passiert und ich will das ganz kurz durchgehen, nicht dass der Devlog so groß wird wie der erste, denn den zweiten fand ich eigentlich ganz kurz und knackig und das wollen wir heute wiederholen, deswegen schreiten wir auch hineich zur Tat. Ne, tatsächlich ist einiges passiert, was durchaus, was es durchaus wert ist, das zu erzählen, wie man da zum Beispiel sehen kann oder auch da hinten, dazu kommen wir gleich, was das da eigentlich zu bedeuten hat, das sind Text-Displays, wir sind nämlich auf die 1.19.4 umgestiegen und das bedeutet ein völlig neues Inventar, man könnte sogar sagen, es ist ein völlig neues Inventar, absolut neu, bahnbrechend, Und, kommt die denn jetzt eigentlich auch zweimal vor? Nö, oder? Colored Blocks Aber die Schalker-Box kommt dann ja wahrscheinlich nur einmal vor, richtig? Wahrscheinlich dann immer nur in der ersten Kategorie. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich mit diesem, ähm, Dings beschäftigt. Es gibt Functional Blocks, ach das sind Functional Blocks, das sind Redstone Blocks. Ah ja, verstehe. Ähm, Redstone, oh, ist auch ein Redstone Block, okay. Ähm, ne, also es gibt ein völlig neues Crafting-Inventar, das ist für mich aber eher uninteressant, es gibt dieses Ding hier. Ja, jetzt haben wir es alles mal gesehen. Ähm, ja, was tatsächlich interessant ist, sind die neuen Commands. Man hat zum Beispiel Execute, nein, man hat Execute-On-Command und dann kann man hier so ein paar Dinge auswählen, ähm, die tatsächlich sehr interessant für uns sind, beziehungsweise eigentlich ist nur das besonders interessant. Ähm, das könnte noch interessant werden. Äh. Ähm, ja, ach so, ja, hm, ne, vielleicht auch nicht. Ähm, aber tatsächlich, so ganz genau, was die alle bedeuten, bin ich mir auch gar nicht, also ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Attacker ist auf jeden Fall schon mal bombastisch, denn damit konnten wir, ähm, schon einiges, ähm, erleben. Ähm, trotzdem, die Text-Displays sind durchaus wichtig, Item-Displays, ähm, und Interactions kommen sogar in einer anderen Sache vor, die wir uns gleich noch angucken werden. Ähm, ganz wichtig ist, wir haben einige neue Sachen, wir haben zum Beispiel diesen Stone mit einem Armour-Stand drauf, wir haben diese vier Stones hier, ähm, wir haben da einen Dropper, ein Schild, ähm, hier dieses riesige Text-Display, ähm, und nochmal einen Dropper mit einem Schwert obendrauf, ähm, das aber irgendwie mit einer Interaction noch umgeben ist. Aber das gucken wir uns, wie gesagt, alles gleich an. Zunächst ist nämlich das Ding hier hinten wichtig. Ähm, durch die Execute-On-Commands konnten wir nämlich das Crafting-System vollenden, äh, das Crafting-System, was sag ich denn? Äh, das Kampfsystem vollenden. Ähm, wir erinnern uns, letztes Mal konnte ich ein Test-Monster beschwören. Ähm, dieses hier. Hm, sehr hübsch. Ähm, das ist tatsächlich leider nicht da, aber das muss einem, das muss einem nicht unbedingt sein. stören, mich jetzt gerade stört's dann doch so ein bisschen, muss ich sagen. Ähm, also da, ähm, muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen, bin ich ein bisschen irritiert, dass das jetzt nicht funktioniert. Ähm, das lass ich so nicht auf mir sitzen. Deswegen, äh, deswegen machen wir, machen wir, machen wir, fixen wir das einfach ganz schnell, nämlich so. Machen wir es nochmal. Hier ist nämlich der Kollege, ähm, wie ihr seht, das sieht anders aus. Ähm, das hat tatsächlich nichts mit mir zu tun, also hat was mit mir zu tun, aber ich hab mich, ähm, ich hab ein Resource-Pack, das ist Vanilla Tweaks und da gibt's jetzt neue Resource-Packs. Ähm, und mit Optifine hat man eben die Möglichkeit, dass die Zombies, ähm, alle so ein bisschen anders aussehen. Was ist da denn? Ach, ein Rural Portal. Ähm, der hier sieht jetzt eben so aus. Ich find's persönlich ganz interessant, falls es euch verwirrt, mach ich das einfach mal raus. Ähm, deswegen sehen auch die Schienen so ein bisschen anders aus. Alles sieht immer ein bisschen ganz anders aus. Ähm, genau, eigentlich sähe der so aus. Also, jetzt kann ich in den, ähm, kann ich in den Survival-Mode gehen. Das ist nicht der Survival-Mode. Ähm, könnte in den Survival-Mode gehen und mich ein bisschen mit dem battlen. Ähm. Und nach einigen Hits ist der dann auch tot. Ja, das haben wir zum Beispiel dazu gefügt. Ähm, der stirbt jetzt neuerdings. Ähm. Genau, das ist so eine Neuerung. Ähm, wir können uns mal ganz kurz angucken, was das mit meinem Health gemacht hat. Also, ich hab jetzt noch 60, äh, wenn wir das Ding nochmal beschwören und nochmal in Survival-Mode gehen und, äh, uns angreift, dann sehen wir, okay, der zieht uns sogar Health ab. Wenn wir aber und Minus Health kommen, dann macht uns das gar nichts. Ähm, wichtig ist, dass wir dem schön was abziehen. Ähm, genau, wir haben jetzt Minus 100 Health. Deswegen machen wir einfach folgendes. Geben uns mal ein bisschen was an Health. Wichtig, das wird runtergesetzt, weil dann Max Health ja immer noch 100 ist. Ähm, genau. So, das ist das Testmonster, wie ihr aber gerade vielleicht, ähm, sehen konntet. Ne, konntet ihr glaube ich nicht, richtig. Ähm, aber es gibt eben noch mehr Monster, denn das ist bisher ja, wie gesagt, nur ein Test gewesen. Ähm, und der ist nicht besonders realistisch, weil der uns ja mit jedem Hit 40 Schaden abgezogen hat. Oder 40 Health abgezogen hat, was ziemlich heftig ist. Ähm, das wollen wir nicht. Aber ihr seht, dass die Health sind schon einigermaßen realistisch. Ich hab mich, wie bei den Schwertern auch, wir haben ja, ähm, die Werte für die Schwerter, wenn ich mir jetzt mal einen Iron Sword gebe oder sowas, ähm, dass das jetzt irgendwie 30 Schaden macht. Dass ein Netherite Sword, äh, Sword dann 40, glaube ich, macht, ne. Genau, dass das 40 macht. Ähm, bei den Werten habe ich mich ja an den, ähm, Vanilla-Werten orientiert und einfach mal, äh, mal 5 genommen. Ne, also 4 mal 5 sind 20, deswegen hat der hier halt eben 20. Ähm, und hier wären 8 mal 5 20, deswegen hat der hier 40. So einfach ist das nämlich. Ähm, genau. Deswegen wollte ich so ein bisschen was, was einem, äh, Stone Sword vielleicht, Stone Sword vielleicht gerecht wird. Und hab einfach mal einen ganz normalen, pupsnormalen Zombie erschaffen. Auch basierend auf den Vanilla-Werten. Deswegen können wir sagen, Function Summon, ähm, haben wir jetzt hier ja, ja gut, okay, jetzt haben wir diesen komischen, äh, Dozer noch, diesen Runner. Ähm, aber hier zum Beispiel wäre ein ganz normaler Vanilla-Zombie. Der hat 100 Health, genauso wie ich. Ähm, und ein bisschen was an Schaden. Warum hier die Schienen stehen, weil der da nicht drüber laufen kann. Ähm, deswegen ist diese, das ganze Ding hier ist quasi die Arena, dass du da, ähm, Tinted Glass noch, damit der Zombie nicht verbrennt. Und Rails, damit er nicht rauslaufen kann. Das ist also quasi eine Arena, wo ich rauslaufen kann, aber er nicht. Und wenn der mich angreift, macht er mir eben zwölf Schaden. Und ich kann ihn mit vier Hits töten. Ähm, was tatsächlich das gleiche sein sollte, äh, wenn ich mich ganz, ja, ich weiß nicht, ich hab mit der, mit der Armor, das hab ich ein bisschen abgeschätzt. Ähm, aber grundsätzlich sollte das theoretisch ungefähr das gleiche sein, äh, wie ich auch so brauche. Ja, okay, brauche ich eigentlich fünf. Ähm, die Armor ist wahrscheinlich ein bisschen krasser eigentlich von dem Zombie. Ähm, die Schadens- und Health-Werte sind wie gesagt komplett von Vanilla übernommen. Nur mal fünf gerechnet. Ähm, und der Vanilla-Zombie hat aber schon Armor. Also hat aber, hat Armor, ne, also hier, die, ähm, hat schon Armor, also hat schon, ähm, eine gewisse Rüstung. Und diese Rüstung hab ich beim Vanilla-Zombie zwar auch drin. Also wenn ich mal ganz kurz, ähm, mir Defense anzeigen lasse und dann nochmal ein Vanilla-Zombie mache, dann hat der, genau, hat der zehn Defense. Ähm, gut, da hab ich jetzt zum Beispiel vier gebraucht, weil ein Hit irgendwie nicht gezählt hat oder so. Ähm, genau, das ist halt das. Ähm, genau, so. So. Genau, das hätten wir. Dann machen wir hier wieder auf Health zurück. Ähm, denn, wie ihr seht, es gibt noch mehr. Es gibt noch, ähm, ähm, drei wirklich, also spezialisierte Zombies. Hier haben wir Vanilla-Zombie und da kommen halt auch noch die Skeletons und Spinnen und sowas. Kommt da alles noch dazu. Ähm, beziehungsweise bei Skeletons, ja, müssen wir halt gucken, weil Fernkampf immer noch nicht so richtig integriert ist. Das war schon immer so ein bisschen mein Problem. Allerdings könnte das mit den Execute-On-Commands tatsächlich bald Realität werden. Ähm. Genau, und, ähm, wir haben noch ein, drei weitere. Ähm, Reinforced ist übrigens das gleiche wie hier auch bei den, äh, bei den Runners. Da gab es auch schon ein Reinforced-Monster, nämlich den Ghoul. Ähm, aber wir bleiben erstmal bei den Zombies. Ähm, gucken uns als allererstes mal den Smart-Zombie an. Der Smart-Zombie ist nichts anderes als ein Zombie mit Helm, sodass er nicht verbrennt unter der Sonne. Ähm, hat dementsprechend allerdings auch ein bisschen mehr Defense. Ähm, also wenn wir nochmal auf Defense zurückgehen, dann hat der schon 15 Defense, weil er ja einen Helm auf dem Kopf hat. Und der Helm bringt ja schließlich auch Armor. Ähm. Ähm, genau, dann hätten wir einen Tank-Zombie. Der hat keinen Helm auf dem Kopf, dafür deutlich mehr Defense. Nämlich ganze... Ach. Äh. Der hat 50 Defense. Braucht aber immer noch. Äh, okay. Da ist man gerade auf Health. Ach, der hat mehr Health. Okay. Ähm. Ähm, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir noch einen Tank-Zombie. Äh, keine Ahnung, ob das gerade alles so richtig mit rechten Dingen zugegangen ist. Ähm, jedenfalls haben wir da noch den Reinforced-Zombie. Ähm. Und der hat eben nochmal, ich glaube sogar nochmal mehr Defense. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der hat 75 Defense, genau. Wegen Helm plus, äh, Netherite Armor. Ähm. Ähm, hat aber nur in Anführungszeichen 80, halt. Ähm, wird aber halt, da Reinforced ist, das werde ich immer nochmal hinzufügen, ähm, die kriegen dann weniger Schaden, weil die ihre Defense quasi noch mehr gezählt haben. Ähm, also die kriegen, ähm, von so Sachen wie der Strong-X kriegen die quasi vollen Schaden, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, und von normalen Sachen wie einem Steinschwert kriegen die halt weniger Schaden. So, ähm, funktioniert das im Prinzip. So. Und der droppt anscheinend gar nichts. Okay, kann auch sein. Ähm, genau. Das sind eben die vier Zombies, äh, die wir hinzugefügt haben. Also den normalen plus diese drei, äh, spezialisierten Varianten. Ähm, genau. Und das ist das Kampfsystem. Wunderbar, es funktioniert. Ich kann also mit denen kämpfen, wie als wäre es ganz normal Vanilla. Habe aber vollen Zugriff auf mein eigenes Kampfsystem. Ähm, genau. Und laufe eigentlich auch nicht Gefahr, die, äh, einfach so zu töten, weil die eben 1000 Leben haben. Und dann musste ich da noch ein bisschen, äh, ein bisschen was ausprobieren. Aber jetzt funktioniert das eigentlich einwandfrei. Nun haben wir, ähm, folgendes. Diese Zombies hier droppen ja, was ganz bestimmt ist. Wenn wir nämlich mal ganz kurz den Vanilla-Zombie angucken, den hier, und töten den mal. Dann droppt er nicht nur eine Karotte, sondern auch Rottenflash. Und ich weiß nicht, warum er gerade... Ah, hier ist das andere. Ähm, genau. Das ist Rottenflash. Klaas Undead. Und, äh, das sieht mir schon verdächtig aus, wie letztes Mal, äh, wie im letzten SDS die Materialien. Ähm, und es ist tatsächlich auch einfach ein Material. Ähm, Rottenflash. Wenn ich das eben bekomme von diesem Zombie, dann verwandelt es sich in das Material Rottenflash. Beziehungsweise ist dann schon direkt das Material Rottenflash. Ähm, an sich funktioniert das noch nicht, wenn ich die irgendwie auf den Boden werfe. Das soll aber auch noch passieren. Bisher habe ich da einfach zuvor. Ähm, das Gleiche gibt es aber auch für Endstone zum Beispiel. Ähm, genau. Also Endstone, wenn ich den irgendwo herbekommen würde, also wenn, ne, wenn ich das eingerichtet hätte, dann würde auch der, wenn ich ihn auf den Boden werfe, eben, ähm, hupser da, ähm, würde sich irgendwie verwandeln. Im Moment passiert da eben mit noch gar nichts. Ähm, genau. Aber das ist im Prinzip auch alles. Auch davon gibt es schon Materials und Materials, alle, die wir bisher haben, sind in dieser Kiste hier, ähm, äh, hinterlegt. Wir hätten zum Beispiel Rottenflash aus der Class Undead. Dann hätten wir hier links Firestamp aus der Class Fire. Allerdings noch mit einem, äh, mit einer Description. Unit Cozy War and Wood. Wie war's hier? Keine Ahnung. Ähm, und mit Developments, die diesmal nicht golden, sondern weiß sind. Fand ich sehr angenehm eigentlich, da mal weiß zu benutzen, weil das irgendwie so eine neutrale, aber trotzdem hervorstechende Farbe ist. Ähm, und dann hätten wir noch Refined Firestamp, ähm, der, wenn wir den auf dem Boden werfen, mittlerweile etwas anders aussieht. Developments hat er nämlich keine mehr, ähm, weil der quasi schon perfekt ist. Ähm, genau. Aber das ist im Prinzip so das. Also Everburning Road of Ignore Quality. Ähm, beides ist aus der Class Fire. Und Refined Firestamp basiert eben dann einfach nur auf Firestamp. Ähm, wie auch immer das daraus entstehen wird, gucken wir mal. Ähm, das Gleiche gibt es auch bei Thunderlog. Das ist aber Class Bizarre. Ähm, Bizarre ist noch eine krassere Variante. Ähm, das ist nämlich schon, äh, Aqua. Ähm, ne, Dark Aqua. Ähm, also das ist quasi schon Rare, aber das steht da nicht. Und, ähm, das Development wäre auch Refined Thunderlog. Und das ist das. Äh, da steht auch noch Developments Perfect, aber eigentlich steht da mittlerweile Developments gar keine. Ähm, genau. So. Dann haben wir den Favoriten natürlich schlechthin für immer. Ähm, ähm, es ist Skin, Dragon Burn. Ähm, Developments ist bisher nur Incredible Dragon Burn. Theoretisch stehen in der Datei von, also in der, in der, im Eintrag, ähm, in der Bibliothek von Dragon Burn steht aber schon drin, dass da auch Harden und Mystical dabei rauskommt. Das steht hier aber so lange nicht, bis es dieses Item nicht auch gibt. Also im Moment gibt es einfach keinen Eintrag für Mystical und Harden Dragon Burn, sondern nur den einen für Incredible Dragon Burn. The hardest material ever created or thought of. Ähm, auch hier haben wir wieder Developments steht da Perfect. Das ist aber eigentlich Developments gar nichts. Ähm, genau. Und Incredible Dragon Burn, äh, sieht man von der Rarity her, also sieht man nicht unbedingt, aber das ist, hat die gleiche Farbe wie, ähm, Legendary tatsächlich. Also das ist schon ein extrem heftiges Material. Ähm, genau. Und so funktioniert das. Was mache ich mit den Materials, beziehungsweise wie, ähm, bekomme ich die, wie funktioniert Interaktion und sowas zwischen Teilchen, zwischen Teilchen, zwischen, ähm, den einzelnen Materials und Items und sowas. Das ist eine ganz wichtige Frage. Ein Teil davon ist, äh, äh, ist nämlich das Kampfsystem, dass ich also von Monstern bestimmte Items gedroppt, gedroppt bekomme. Ähm, und das andere wäre Crafting. Und könnte sein, dass dieses C hier für Crafting steht. Äh, ne, ist falsch. Ähm, aber das steht für Custom. Aber, ähm, tatsächlich hat dieses CU, dieses ganze Gedönse, ähm, sehr viel damit zu tun. Denn wenn ich jetzt plötzlich etwas auf den Boden werfe, ähm, dann kommt da wieder das gleiche Item raus wie immer. Wenn ich mir allerdings mal SelectedItem.take.info angucke, ähm, dann stehen hier so ein paar Dinge. Erstens ist es Vanilla, okay, ähm, es hat eine Quality, die überall 2 ist, nämlich ankommen, äh, das steht ja hier. Ähm, es hat die Stats, dass es 20 Damage macht, es hat die ID minus 3, ähm, und es ist ein Sword, ID minus 4. So. Warum auch immer. Also, dass da minus 4 steht, ist im Prinzip egal. Ähm, das könnte man auch ändern, aber, ja, so. Ähm, ein Eintrag, der neu ist, ist dieser CU. Das ist auch das gleiche, was da oben steht, in diesem riesigen Textdisplay. Okay, das ist, die CU ist 1, 1, 1, minus 3, 0. Und das ist einfach eine ID, die jedes Item bekommt. Das genaue Verfahren, ähm, muss ich hier jetzt nicht unbedingt erklären. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, wenn ich Lust habe. Aber im Prinzip, dieses, diese Zahl ist nicht ganz so spektakulär, wie sie jetzt aussieht. Ich mag es deutlich, ich finde sowas faszinierend eigentlich. Aber diese 1, 1, 1, minus 3, 0 heißt einfach nur, dass das ein, ähm, Item ist. Es ist eine Waffe, ein Schwert, es hat die ID minus 3, die ja auch hier schon steht. Ähm, und es hat keine Variante. Das heißt, ähm, es ist die 0, also es hat, es ist weder irgendeine Variante, ähm, noch gar keine. Also es ist, ähm, die, das Item 1, 1, 1, minus 3 hat halt einfach keine Varianten. Deswegen ist die letzte Zahl immer 0. So, das ist bei einer anderen, bei einem anderen Item, was wir uns gleich angucken, etwas anders. Das Golden Sword lassen wir erstmal weg, sondern wir gucken uns dieses Teil hier hinten an. Da passiert jetzt im Moment noch gar nichts mit. Ähm, allerdings habe ich hier eben ausprobiert, wie könnte so ein Interaction Entity aussehen, wie könnte das Item, ähm, drumherum aussehen, dass der eben so wirkt. Ähm, und das hier ist eben ein Crafting Rezept, womit ich gestartet bin. Ja, wir haben ganz entspannt einfach mal Crafting hinzugefügt. Ähm, genau. Also, äh, haben wir durch die CU nämlich die Möglichkeit, Crafting deutlich, deutlich einfacher zu machen als bisher. Das ist recht wichtig, ähm, weil ich keine Lust hatte, Crafting wieder so manuell zu machen wie letztes Mal, falls sich jemand da mit der Technik auskennt, wie ich das gemacht habe. Ähm, dieses Mal ist es deutlich einfacher, weil ich quasi einfach nur in die Bibliothek wieder einen Eintrag machen muss und der Rest läuft komplett automatisch, mehr oder weniger, ähm, weil ich, ich kategorisiere die Crafting Rezepte nach der Zahl der belegten Slots und nach der Form, um nicht alle Rezepte durchgehen und prüfen zu müssen. Aber wenn die einmal, wenn alle Zahlen und Formen mal hinzugefügt sind, ähm, dann muss ich quasi einfach nur neue Rezepte einfach so hinzufügen. Ähm, ein sehr charakteristisches Crafting Rezept, ähm, wäre zum Beispiel das Crafting Rezept, also die Form eines Schwerts, also diese Form hier, diese Dreier-Konstellation, ähm, die ist schon eingespeichert und mittlerweile auch die Neuner-Konstellation, wo es ja keine Form dann gibt. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel drei Attems habe und hab die so sortiert, dann ist das eben was anderes, aber diese Konstellation ist, äh, drin und die beiden hier, also das hier, ähm, die beiden Slots fallen da sogar raus. Also ich kann meinen Sort, äh, in der Mitte craften, aber nicht auf den beiden anderen Slots. Wie sieht das aus? Ich lege einen Stick, der Stick muss wohlgemerkt vorher mal in meinem Inventar gewesen sein. Ähm, wenn ich mir mal gerade einen Stick nehme, dann ist das hier ein Stick, der etwas anders ist als der Stick hier oben. Wenn ich den allerdings in meine Hand nehme, dann kriegt das plötzlich einen Tag und dieser Tag ist eine CU. CU, 0, minus 1, 1, 1, 1, ähm, da fehlt eigentlich die Null hinten, aber, ähm, das muss, diese Null muss halt nicht überstehen. Manchmal ist das, äh, ja auch logisch, dass es keine Variante hat. Ähm, genau. Und der Stick bekommt eine CU, denn das ist wirklich nötig, damit ich das, äh, Item hier drin prüfen kann, ähm, und mit dem, mit dem sogenannten Blueprint abgleichen kann. Dann lege ich das hier rein, mache zwei Rotten Flash da drüber und kriege hier, das sieht ein bisschen anders aus als da hinten, kriege ich hier ein Item, was sich mit mir mitdreht, allerdings nicht nach oben. Also wenn ich nach oben gehe, dann, äh, guckt es mich nicht genau an, sondern dreht sich quasi immer so mit mir rum. So. Genau. Ähm, ähm, und hier steht auch ein Interaction Entity. Das ist einen ganz kleinen Tacken größer als das letzte da hinten, sodass es sich exakt mit dem, äh, Item mündig, äh, gibt, bündig gibt. Ähm, es ist nämlich drei Achtel eines Blockes, ähm, groß. Und das, äh, sieht eben genau so aus. Ich fand, das ist eigentlich eine gute Größe, wenn ich also das Item wirklich haben möchte. Aber, ähm, genau. Also für die, die dieses Entity nicht kennen, überall, wo ich jetzt hinklicke, ähm, wird der Crafting-Vorgang durchgeführt. Das sieht dann so aus. Zack. Und es passiert gar nichts. Okay. Auch nett. Da war mir tatsächlich etwas, ähm, Globus passiert. Das hätte mich auch das weitere Showcase gekostet. Ähm, blöd gelaufen. Macht aber doch nichts, ähm, jetzt kann ich das Item nicht bekommen. Jetzt habe ich damit nämlich ein Undead Sword gecraftet. Und das sieht so aus. Macht auch 30 Attack Damage genauso wie ein, äh, Iron Sword. Ähm, theoretisch sieht es sogar genauso aus. Also da ändert sich im Moment noch gar nichts. Auch dass es, außer dass es halt ein anderes, ähm, Item ist. Allerdings wird das Undead Sword halt irgendwas Krasses können. Ähm, das weiß ich bisher noch nicht. Es war auch im Prinzip nur ein Test-Item, um halt zu gucken, wie ich, äh, bestimmte Dinge lösen möchte. Das mache ich ja meistens, wenn ich irgendwas Neues, äh, erstelle, mache ich immer so Tests, so wie das Test-Monster. Ähm, das Undead Sword wird vielleicht am Anfang auch gar nicht im Spiel drin sein, weil ich im Moment noch nicht so richtig weiß, was das bringen soll. Was allerdings drin ist, sind diese hübschen 5 Iron Swords. Upsala. Ja, das ist natürlich jetzt extrem hässlich. Äh, so, sind diese hübschen 5 Iron Swords. Was wir nämlich gemacht haben, ist das Tier wieder hinzugefügt. Und wie man hier sieht, hier ist Tier 1, 2, 3, 4 und 5. Ähm, und das Fünfte unterscheidet sich in der Farbe wirklich essentiell von den anderen. Ähm, ist nämlich so weißlich eher, weiß-bläulich. Und während es hier ja noch so gülden war. Ähm, und tatsächlich wird das Tier immer von hinten gezählt. Das heißt, das letzte Tier, das Maximum-Tier, das hat immer die Farbe von Stellar, also von der letzten Quality. Ähm, und, äh, das unterscheidet sich pro Item. Also manche Items können bis 5 gehen, manche Items können bis 3 gehen, bis 2 oder bis 6, bis 10 vielleicht. Mehr geht halt nicht. Ähm, aber, äh, ja, so funktioniert das. Diamond Swords haben nämlich Tears. Wie komme ich überhaupt an diese Tier? Das fragt ihr euch natürlich jetzt berechtigterweise. Das hat mit diesen Diamonds zu tun. Die Diamonds haben die gleichen Funktionen. Hier sieht man auch, wenn ich den in meine Hand nehme, dann wird der umgewandelt. Also wird, ähm, von solch einem Diamond zu solch einem Diamond. Ähm, und davon habe ich praktischerweise auch schon 2 Stacks im Inventar liegen. Ähm, wenn ich so einen Diamond Sword nehme, und das könnte ich auch einfach wegschmeißen, das ist nämlich genau dasselbe, wie wenn ich einen Diamond Sword auf den Boden werfe. Wenn ich so einen Diamond Sword hier nämlich nehme, dann ist das erstmal Tier 1. Von Standard von Haus aus. Das passiert aber nur mit Items, die quasi auch die Möglichkeit haben, Tears zu bekommen. Das ist im Prinzip im Moment nur das Diamond Sword. Jetzt kann ich das mit, ähm, Diamonds umranden, umrunden und bekomme ein Diamond Sword Tier 2. Äh, ich brauche mal gerade ein neues Diamond Sword Tier 1, damit wir die, obwohl eigentlich brauche ich keinen Diamond Sword Tier 2. Und wie ihr seht, wurden hier gerade 2 abgezogen. Das heißt, ähm, bisher brauchten wir 2, jetzt passiert hier gar nichts. Okay, das scheint also noch nicht zu reichen. Dann machen wir noch ein paar Diamonds mehr. Ähm, jetzt brauche ich nämlich tatsächlich stattliche 8 Diamonds, die jetzt hier wieder abgezogen wurden. Ähm, und jetzt brauche ich nämlich, ähm, nicht 8, nicht 16, nicht 24, sondern tatsächlich stattliche 32. Ich vervierfache wieder die Sachen, die ich brauche, ähm, um aus einem Tier 3 Diamond Sword ein Tier 4 Diamond Sword zu machen. Und am Ende ist es im Prinzip ganz einfach, ich muss einfach so machen, ähm, dann wird halt aus einem Tier 4 Diamond Sword. Und es darf kein Diamond weniger sein, also das darf nicht passieren, sondern aus einem Tier 4 Diamond Sword wird eben mit 8 Stacks Diamonds ein Tier 5 Diamond Sword. Ähm, ja, das ist im Prinzip auch alles, wie das schon funktioniert. Hier wurde jetzt alles rausgenommen, ähm, so weit waren wir im letzten Stream noch nicht gekommen, aber das habe ich gerade mal schnell gemacht. Im Prinzip war es das auch. Das sind eigentlich alle Neuerungen, was ihr euch jetzt allerdings natürlich zu Recht fragen könntet, was bringt dieses Tiering? Denn ich habe beim alten SDS ja immer mit den Tiers, äh, krassere Stats bekommen. Ähm, hier passiert mit den Tiers tatsächlich wahrscheinlich noch etwas anderes, nämlich, dass die Quality hochgeht. Also ich kann ja mit, ähm, dem Ancient Relic zum Beispiel, kann ich ja die Quality erhöhen. Ich kann allerdings auch, also das kann ich, kann ich noch nicht, keine Sorge, in diesem Spiel kann ich das noch nicht, das hätte ich ja gesagt. Aber, äh, das konnte ich im alten SDS. Und wenn ich, ähm, die Quality hier von Ankomme noch höher bringen möchte, denn ich möchte quasi, dass das Diamond Sword auch eine gewisse Stärke hat später, ähm, dann kann ich eben das Tiering machen. Also ich habe dann ein krasseres Tier, ähm, und habe da dann eben die Möglichkeit, ähm, diese Co-Ability hier zu erhöhen, denn die Co-Ability ändert sich mit steigender Quality. Wenn ich diesem Ding mal, also wenn ich hier mal gerade, äh, haben wir irgendwo eine Kiste, da ist doch sogar einer, ah, warte, brauchen wir gerade neue Functional Blocks, ich nehme gerade die hier, und dann schmeiße ich das da rein, und sage Data, Modify, Block, das da, Items 0, äh, Punkt Tag, Punkt Info, und dann Merge Value, ach ne, Punkt Quality, Merge Value Ancient 1b, ähm, genau, dann ist das Ancient, und wenn ich das dann auf den Boden werfe, dann passiert ein Ancient Diamond Sword, wird das da raus, und zwar, ähm, wird aus einem Ankommendamonsword eben ein Rare Diamondsword, und wie wir da gerade sehen, erhöht sich dadurch auch die Co-Ability. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr plus 16 Attack Power, sondern ich habe plus 4 und 20 Attack Power und die graue Zahl daneben zeigt, wie viel es beim nächsten Mal wird. Das heißt, dann mache ich nochmal plus 8, habe also plus 32 beim nächsten Mal und das geht theoretisch die ganze Zeit so weiter. Was jetzt noch hinzugefügt werden muss, dass eben auch beim Tiering jedes Mal die Quality 1 höher wird, das heißt, da kriege ich dann auch mehr Attack Power. Generell werden die Stats wahrscheinlich sogar nicht mal erhöht, sondern eben nur diese Quality und das habe ich auch eigentlich so geplant, denn ich plane generell mit kleineren Zahlen zu arbeiten. Also nicht, dass man so 150.000 Damage braucht oder so, sondern dass die Unterschiede dezent werden, aber eben notwendig, um bestimmte Monster dann zu schlagen und das ist eben, was am Ende doch wirklich zählt. Dass man bestimmte Monster schlagen kann, denn das vermissen wir alle im Leben und damit wünsche ich euch noch einen schönen See you, sage See you. Naja, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ja, ciao.